KIs sind das Thema dieses Jahres. Gefühlt wöchentlich gibt es Neuigkeiten dazu und sie wird auch immer intensiver genutzt. Doch was, wenn ein KI Falschinformationen verbreitet? Damit beschäftigt sich gerade die EU und will neue Richtlinien einführen. Die EU will klare Regeln für KI einführen. EU-Vizepräsidentin Vera Jourova sieht die Verteidigung der Meinungsfreiheit als Aufgabe der EU an, aber sie sieht kein Recht auf Meinungsfreiheit für Maschinen. Die Unterzeichner des EU-Verhaltenskodex gegen Desinformation sollten Technologien einführen, um KI-Inhalte zu erkennen und sie für die Nutzer klar zu kennzeichnen. Der Kodex ist zwar freiwillig im Rahmen des Digital Service Acts, soll allerdings anerkannt werden. Der DSA verpflichtet sehr große Online-Plattformen wie etwa Twitter, systematische, systemische Risiken, einschließlich Desinformationen zu bewerten und zu mindern. Sehr große Plattformen, die wiederholt gegen den DSA verstoßen, riskieren Geldbußen von bis zu 6% ihres weltweiten Umsatzes. Die Kommission verschärft nun den Kodex und erwartet stärkere Anstrengungen von den Unternehmen auch im Hinblick auf die anstehenden Europawahlen 2024. Die Kommission fordert Online-Plattformen auf, mit der Kennzeichnung unverzüglich zu beginnen. Maßnahmen zur Kennzeichnung von KI sollen die Unterzeichner des Kodex schon im Juli der nächsten Hintergrundberichte zur Umsetzung ihrer Verpflichtungen darlegen. Eine Möglichkeit könnte sein, dass Online-Dienste wie Facebook, Google und TikTok ihre Nutzer künftig informieren, wenn ausgespielte Texte, Bilder oder Audiodateien von Algorithmen stammen und nicht von Menschen. Die Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates, Alena Buix, brachte ein Wasserzeichen für KI-generierte Bilder ins Spiel. Fazit. Erst einmal ist es freiwillig, ob die Inhalte gekennzeichnet werden. Dennoch sind jetzt die großen Tech-Firmen in der Verantwortung, sich eine Lösung einfallen zu lassen. Was haltet ihr davon? Wie würdet ihr die KI-generierten Medien kennzeichnen oder sollte eine KI ein Recht auf Meinungsfreiheit haben? Hat dir der Beitrag gefallen? Dann lass gerne ein Like da. Um keine neuen Videos mehr zu verpassen, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Und wenn du noch mehr Content wie diesen sehen willst, dann haben wir hier das nächste spannende Video für dich. Check auch unbedingt unsere anderen Kanäle. Diese sind alle für dich hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Bleib also rechtssicher und gesund. Bis zum nächsten Video dann. Tschüss. Bis bald.